Hallihallo Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück bei Minecraft live in the Woods mit mir und ach guten Tag und dir mit Baby Drache. So ähm ja wir hatten jetzt äh ja wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube beim Lagerhaus ne? Ich glaube da machen wir einfach mal weiter wir gucken mal also ich habe mich jetzt wir haben jetzt den nächsten Tag schon also wir haben gestern Aufnahme gemacht und äh ne gestern weiß ich gar nicht mehr. Gestern? Gut ja okay ähm und 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 dann dann passt es aber zeitlich nicht mehr deswegen äh machen wir heute wieder eine Aufnahme ganz gemütlich und ähm genau und äh äh hab mich in der Zwischenzeit nochmal mit den mit der Trommel richtig befasst äh was da alles geht und so ähm bin jetzt ein bisschen bisschen schlauer geworden und kann mich grad schlecht artikulieren ich weiß nicht warum ähm es ist warm gut äh und zwar also wir können die Trommel auch erst mal so lassen ist mir eigentlich auch buggy ja ich bin unterwegs es rohgelt grad der Extrem nech 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 aber wir müssen halt bedenken mit so einem Drawer Controller erstens soll man den auch nicht unbedingt sehen denke ich mal gleich hm oder? ne also ja nie sehen und und zweitens müssen wir den ja irgendwo hochziehen können das ist irgendwie theoretisch bräuchten wir eine Doppel Doppeldecke und eine Doppel Doppelwand wenn du es so nimmst dass wir da irgendwo Sachen verstecken können heute wir machen äh einen dicken Bogen in der Mitte und den dann in den Bogen an der Wand verstecken einen Bogen? ja so ein Gewölbebogen wie soll denn das aussehen wenn du hier so einen Bogen rein ziehst genau meine Säule aufziehen ist auch scheiße also wie wir die Etage hier höher kriegen habe ich sogar eine Idee hier die untere da hätte ich jetzt gesagt wir machen hier einfach 2-3 Stufen wenn du reinkommst und dann haben wir hier in 2 Stufen weiter unten das täte sogar gehen denke ich weil wir machen hier ja bloß einen Eingang also hier soll ja keine Drawers rein oder so den hat man ja gesagt ne mhm mh einen Keller wollten wir auch noch mhm den Keller kann man ja dann ausbauen wie wir lustig sind theoretisch ich denke mal dass wir hier oben ja da ist halt die Frage dass wir dann auf die Etage machen wir dann den Drawer irgendwo hin äh den Controller richtig und von dem aus muss es ja dann überall hin ja irgendwie zumindest nach oben und nach unten weg gehen genau da ist nur die Sache jetzt die wovor steckt man jetzt zum Beispiel wenn man es mit Hopper Ducks machen wovor steckt man die Pipe die da mit Hopper Ducks nach oben geht was so ich meine oder man nutzt einfach jetzt dort wo jetzt die Treppe steht das Feld für den Controller und Zurohr und abgehendes Rohr für die Zirkisten ja wie ist denn hier hochkommt wir haben aber irgendwo anders hoch wäre ich ein bisschen mittig oder halt wir könnten ja hier eigentlich direkt so direkt so hoch wie schnitt das was wird wenn wir hier nochmal eine Etage tiefer gehen wollen dann wird es ja noch eine Schufe mehr die wir da hoch wollen rein theolo praktisch ich nie also wir sind gerade leicht überfordert man merkt es kaum hast du noch Treppen ja 12 Stück aber solche Treppen ja ja alles gut also ich tät maximal hier mit der Treppe anfangen weißt du so jo und da dahinter das mit dem Controller ja ne das würde ich bloß gerne mal ich hab's ja mal jetzt muss ich bloß wollte ich bloß mal gucken wie es denn wie es denn ist dass wir hier auch vernünftig nach oben kommen weißt du wie ich meine vor allem wenn wir hier noch eine Etage nach unten wollen oh sorry ja warte das verstehe ich jetzt nicht so und dann würden wir hier eigentlich also hier ankommen theoretisch gut das würde sogar gehen die frage ist würde es aber noch eins nach hinten gehen weil die eigentlich nur eine Etage runter wollen ja weißt du wir können mal machen wir einen Test machen wir bloß die drei obersten weg und machen wir mal ich weiß ich nie ich hab schon gerade Erde hin sehr egal nein da wäre hier zu la 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 warum mache ich es nicht gleich richtig eigentlich egal ähm dann würde man theoretisch ja sogar hier hoch kommen und dann würde man hier ankommen das würde wahrscheinlich auch noch gehen oder woher wir kommen 3 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 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 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 6 5 5 6 und dann wird man dann hier so ankommen ich habe jetzt nicht genug Treppen das ist die Frage das knapplich aus was sieht das aus? okay hier ist direkt schon die Außenmauer und die Außenmauer hier ins nach außen ziehen ja und zwar eben von oben bis unten immer komplett noch mal nach außen ziehen hier die zwei Entschuldigung dann würde man hier eigentlich geschmeidert ja nein weiß ich nicht so ja also machen wir das so jetzt ja ich brauche schon ab ne ich tue mal hier unten die Etage kurz rausziehen und die neu einsetzen so dass es klar ist es wäre eine stufe nach unten gehen jup so alles einsam Ja, da kann ich die Treppe hier aber auch wegrubben, ne? Ja, richtig. Ganz großes Kino. Da ist eine Pickaxe. Genau, und dann können wir hier... Ich meine, unten können wir uns ja austoben, sage ich mal, ne? Von der Größe her. Da müssen wir uns ja nie an das Vorbild des Hauses halten. Da könnte man auch sagen, wir machen hier einfach eine Leiter runter in eine Etage tiefer und dann dort mit Treppen ordentlich ausbauen. Das würde ja theoretisch auch gefurzten werden. Ich muss erst mal was essen. Hast du was mit hier oder was? Nein, hast du was mit? Das schmeckt gut. Cool, danke. Bitteschön. Ich esse gerne Brot. Das schmeckt sehr gut. Kennst du das? Ah, das ist ja so scheiße. Nein. Achso, okay. Dumm, dumm. Was man theoretisch auch machen könnte, wäre, dass die erste Kelleretage die Tinker-Schmiede wird. Wir müssen unbedingt ein Schmiede bauen. Aber wenn ihr dann anfangen, die Großprojekte und die Sachen zu formen, dann schon so ein Hammer schon. Ja, genau, das ist nämlich mein Ding, den müssen wir als nächstes vielleicht, also wenn wir hier das Lager erst mal so halbwegs fertig haben, dass wir dann erst mal die Schmiede versuchen zu bauen, damit wir da uns ordentliches Werkzeug basteln können. Ja, sonst machst du ja eine Ewigkeit. Ich will's, ich will's. Ja. Aber damit wollen wir halt ein extra Gebäude dafür bauen, deswegen. Ja. Engel schon, weil das soll ja ne große Schmiede waren. Ja. Klingt nach nem Plan, auf jeden Fall. Da müssen wir halt das Lager erstmal provisorisch bauen und die Feinheiten dann später machen. Sodass wir erstmal überhaupt irgendwo einfach was einlagern können und auf Anhieb Sachen finden können. Das wäre halt von Vorteil. Ist ja erstmal egal, wir müssen ja nicht alles verstecken jetzt oder so. Das können wir auch noch später machen. Richtig. Die Funktionalität sollte gegeben sein. Jetzt spricht er wieder klugscheißerisch. Ah, ne Axt. Achso, ich hab sogar noch mehr Hunger. Ich kann noch mehr essen. Full bin ich. Full. Achso, da muss ich ja... Ne, das bleibt da trotzdem. Dann fällt mir gerade ein. Ich hab gerade überlegt, da müsste ich ja diese... Ne, gut, ich weiß gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich zeigste dann einfach, Mensch. Ich komm gleich rum. Ne, alles gut, ich zeigste dann, wenn es, weiß ich nicht, fertig ist oder was. Es ist nichts Wildes. Achso. Wir haben doch am Haus diesen Steinrand unten lang. Nur genau. Nur genau. Was wollte ich jetzt ziehen aus? Achso, den ziehe ich halt einfach noch ins mit runter. Was ziehe ich mir noch? Also, dann ist der von außen eins hoch und von innen zwei hoch. So. Das juckt aber kein Mensch. Ach, hab ich jetzt was? Ne, hab ich nicht. So. Da muss ich mal welche davon. Pflasterstein, Pflasterstein. Wo hab ich denn mein Schiesel? Mein Schiesel. Wo hab ich denn mein Schiesel? Schiesel. So. Dann mach ich das gleich. Da ist doch gar keine Ecke rum. Achso, der Baumstumpf kann man erst spät, kann der erst spät, wenn ich die Täufer wird. Egal. Oh, genau. Okay, ich hab's. Glaube ich. So. 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 Ich hab's. 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 Jetzt? Na, ich muss kurz raus, um den Stein zu sitzen. Das war sehr aufwendig, deswegen. So. 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 Ich hab's. So. 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 So, so. So. ein ein fündlich leben noch hältst du wieder die menschen nicht mal falsch um kurz schenken es gibt hier nicht so habe ich hier irgendwo irgendwo alle zwei baumstümpfe natürlich nicht ja cool danke immer bei mir das kann so machen habe kein Holz er kann das jetzt ja du in den Holz holzi holzi holz das ist verzauberhand einfach ui war es da verstehst du mhm mhm ja wie war dein Tag mhm mhm langweilig mhm weiter mhm und sehr kalt das verstehe ich bis jetzt an jetzt einfach Fenster abel ja ja ich auch und ich war froh drum und hab trotzdem geschwitzt also und halt die Schale sieben Uhr was hat die Rolle ja ich auch Sommer und mhm ja das ist mir zu denken noch mal kalt oh Gott bis die Nacht näherisch zum Schlafen komme ich schwitzt, ich sagte ich sterbe heute auf Arbeiterbuch hoch ist er hat ja auch was gemacht und das auch so nähe ist ich bin zu verraten Prozent 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 naja und so ist das halt ich glaube mir ging es mir alleine hätte so Prozent oder letzte Woche aber letzte Woche hat schätzt den Urlaub Prozent 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 da muss ich das nicht so mitleiten Prozent 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 jetzt kommt es ja extrem müssen die Woche schon wieder gewidmet und eigentlich heute jetzt ist es also ich denke schon Sonntag können ja es soll immer gewinnen Prozent Prozent tut es aber nie gut auch nicht stürt jetzt persönlich nicht so ich möchte nur vor die Allergiker und Scheiße das da kommt alles rum mhm aber danach muss für die Angenehm ja das äh ist richtig mhm 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 wenn wir dasselbe gesagt hatten wo wir angefangen haben zu spielen ähm mit diesen Koma Pflastersteinen oder irgendwie Koma 7 oder so Koma 7 oder so dasselbe habe ich ja auch gesagt was Tobi Nato gesagt hat obwohl ich es noch nie gesehen habe fand ich irgendwie geil muss ein bisschen aufholen bei Konk das das ich bin aktuell ich bin ich habe ab zu denen ich weiß was bin jetzt so weil den Generator macht kenne Generator Raum was den Generator Raum achso Naja, in generer Art, aber das nicht. So ein Kraftwerk. Also. Oder bist du noch ganz weit hinten? Oder bist du so relativ aktuell? Ja, schon. Also bald kommt ja der ehene Typ und baut das ja alles durch. Debiton, ne? Genau. Da hat er den im Raum ausgehoben. Der Generator, oder? Na doch, ne? Der Generator. Naja, da kommt er. Naja, schon sowas wie ein Generator, aber ich glaube, das wird ein bisschen krasser. Hm, das ist ja. Er übertreibt sich auch gern. Na, ach, Quatsch. Na, Quatsch. So, wie macht man die Treppen drunter? Wollt man da Blöcke machen, oder wollen wir da? Treppen? Also, die Treppen unter die Treppen, oder? Muss man die Spreng brauchen, wegen Essen? Hm? Hm? Unter die Treppen, also sozusagen von unten dagegen, sozusagen, damit es hübscher aussieht, außer diese komischen Kanten. Ach so. Könnte man entweder schrägen machen, oder Treppen, oder Blöcke, auch mal. Treppen sehen schön aus. Ja, okay. Und wie soll die Treppe überhaupt ausschauen? Keine Ahnung. Ich tu gerade Teutsfällen. Ne, mach doch nicht sowas. Ne, warum? Warum? Brauchen wir? Brauchen wir? Brauchen wir? Da, warum? Es regnet bei uns noch ein. Es regnet bei uns noch ein. Das ist egal. Da haben wir halt alle bisschen verrückt. Warum? man handtun mehr an das je nachdem gut zufrieden ok gut in die jahr und ich hab nie so viel ich weiß nicht wie es aussieht Prozent um als Gesetzesbücher so dass er nur noch zwei Holzblöcke oder so gut die Tete falsch sind ja und dann geht es ja eigentlich relativ easy um wollen wir irgendwie gelände hin oder sowas wie sind das wenn man hier noch oder man genau es wird knapplich aber es wird ja man bleibt kurz hängen ach man ich kann das nicht leiden wenn ich hängen bleibe kurz bitte nicht zitieren hallo noch da ja ich überlege gerade was Entschuldigung keine Idee müsste gehen da war ich mir müßlicher hast du gerade einen Karten da haben ich brauche auch in den Boxen oder warte ich die Anträge m die Töde und die Töde um die Töde mich nicht er zeigt es bei dir hinten im Block richtig an nachher zu und dies ist jetzt schütteln und das Haus und auch schon mit Kaube und jetzt wenn du hochgehst so hängen du hast ja so schön gut ja auf die idee bin ich natürlich nicht gekommen wo sind denn habe ich noch welche davon nehmen muss ich natürlich wieder schießen so dann machen wir das und dann machen wo ist denn das da hast ich habe gestellt ja das vielleicht der läuft das bei 24 minuten da habe ich nicht die Menschen sind hier und darfst nie weil ich die gesetzte funktionieren das irgendwie nicht weiß nicht woran das liegt aber was man noch machen könnte wäre das ist gut hat was ja da würde ich die vorderseiten vielleicht auch steil machen weiß ich nein wir lassen so alles gut das ist schick ja ne du hast aber irgendwie recht lassen aber dann müsste ich dann an der seite ne da mache ich aber an der seite trotzdem dann holz aber da brauche ich jetzt mal kaum noch haben muss es sich alle treppenstufen setzen oder manchmal machen du kannst du es nie die drüben Karp Karpenton da hat er muss und wo ich spiel ich will sie um dass sie funktioniert das wenn ich die Sätze dass du die Nähe um dann belegen kannst du was aber mein Konzept und auch abbauen ja abbauen ist was und ich will kurz sagen mit der ist Prozent aber das andere ist alles gut nein so wurden das so Dukti 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 Dukta ja aber da haben wir hier oben dann Naja gut so geht es ebenso aber was er denn die bleibt dran gut gut so schön Harry Potter Betten hier diese rumschweben schön selber sie also vorne Stein so aus ja und bei sich das doch so okay so wo habe ich jetzt noch hier habe ich jetzt noch die Steine dritte d so er wird das kann man machen ich weiß was wo ist denn dieser Stein hier gibt mit dem jetzt endlich ich ich habe Joas hast du nicht nur den Stein gerade der mich gerade genervt hat so um n Na ja, du, Änderungen können wir später immer noch machen eigentlich. Ja, na klar. Das ist eben das Gute an Minecraft. Sagt die Frau im Bau. Ja. Ja, und da würde ich sagen, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Tschüssi. Warte mal, die Aufnahme will es Conny bänden. Na, warte mal, warte mal. So, machen wir das. Tschüss.